Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem fünften Let's Play. Ich habe ja im vierten Let's Play angekündigt, dass jede fünfte Let's Play eine seltene Waffe kommt. Heute spiele ich mit der Snake selten. Ich zeige die euch mal schnell im Inventar und hier ist sie, 187 Damage. Also die macht schon ordentlich Feuer unterm Hintern. Ja, die Snake selten und die normale Snake haben einen Doppelzoom, wie man schon sieht. Sie macht viel Damage, 187. Also ich sage jetzt mal, Leute, mit 130 Rüstung mache ich One Hit. Aber naja, Junge schreibt eine, was? Ich mache Let's Play Name Flexi HD. Der mit dem Rick-Foss-Männchen. Ja, also die, ah, guck, dann ist das Spaghetti. Oh! Weißt du nicht, was NK heißt? Wer? Also ich weiß jetzt gar nicht, was der meint. Alter, CT. Und da geht Adop. Also die Snake selten, muss ich schon sagen, ist wirklich eine gute Waffe. Also die lohnt sich echt zu kaufen. Die hat, glaube ich, irgendwas mit 5000 Frostpunkten oder so gekostet. Ich weiß das jetzt gerade nicht auswendig. Aber naja, irgendwas mit den 5000 hat die schon gekostet. Oh, da war er One Shot. Also habt ihr gesehen, der hat 140 Rüstung. Weil ich habe ja mit Spaghetti schon mal geredet. Komm. Ja, okay, jetzt hat er, er spielt auch mit der Snake selten. Äh, 26 zu 29 für uns. 27, 28, 29. Also sehr spannendes Match. Ja. Der hat die normale Snake, die hat übrigens, was ich schon gesagt habe, auch einen doppelten Zoom. Ach, ach, fuck. Ach so. Ah, da steht ein Rusher. Das erklärt natürlich alles. Ja, komm, wo ist er denn? Will er sich nicht zeigen? Jetzt haben wir ihn aber. So. So. Der hat mir dann auch gestealt, aber... Ja. 36 zu 34. Spannendes Match. Also, ich habe da noch einige Waffen zu reparieren. Vom vorigen Match. Ähm. Ja. CCC Money wurde gekickt. Ja, okay. Ähm. Wie ich schon mal bei einem Let's Play gesagt habe. Äh. Mit diesem Kick beende ich das Video. Äh. Lasst ein Abo da. Und... Liked das Video, wenn ihr es seht. Wäre natürlich cool, wenn ihr mich unterstützt. Und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.